Ich zeige euch Mordheim City of the Dam, da mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe, mit der vierten Story-Mission. Hooray! Und, ähm, ja genau, da hat sich der Barbaron sich endlich gemeldet und er hat gefragt, ey Leute, wo sind meine Lieferungen geblieben? Guck mal nach. Da ist irgendwas mit dem Lieferweg, äh, stimmt was nicht halt. So. So, und das sollen gleich meine Leute mal eh mal kontrollieren, was Sache ist. Ob das Chaos wieder was, äh, gemacht hat, oder die Skaven, oder, 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 oder was weiß der Geier, das weiß ich nicht. So. Dann einmal kurz mal Ausstattung gucken, ob die Leute auch alle gut ausgestattet sind, so Schwertschild, Duellpistolen, Hellebade ist okay, Stab der magischen Abwehr, was macht das nochmal? Das ist auf jeden Fall so ein seltenes Ding, äh, Parierhaltung, okay, minus zwölfprozentige Wahrscheinlichkeit, okay, Füße, Zinschfluch, mhm. Alles klar. Okay, Armbrust und Doppeldolche, Armbrust und Zweihandschwert, äh, Streitkopfschild, Hammerschild, Muskete, echt? Ah, stimmt, die, äh, Donnerbüchse war ja die Schrotflinte. Ähm, Hammerschild und Hammerschild, hab ich echt keinen mit Schwert und Schild? Naja, auch egal. So, mit der Truppe gehe ich jetzt mal im Angriff. Einmal hier, äh, genau, äh, Brücken über den, äh, dem Stirn. Der Baron verlangt, dass die Kriegerbande, äh, umgeht, herausfindet, warum die, äh, Morsteinlieferung jetzt hier nicht erreichen. Ja, dann gehe ich jetzt mal nachschauen einmal. So, die Formation ist okay. We have been given a handsome reward by Baron von Leichdorfer. He is greatly pleased with the book you recovered for him. He is certainly will help to settle his dispute with the Duke. At the same time the Baron's messenger brings us dire news. Someone, or something, is intercepting the barges going downriver to Beckhaven. Only about a third of the wordstone you've been collecting has been reaching the Baron. Obviously this is a situation we cannot allow to continue. The wreckage of the barges has been found floating down the river. So we know whatever is striking them is interested only in the cargo, not in the boats. That makes me think it isn't simply river pirates, as they'd see the value in salvaging the barges too. I suspect it is somebody ambushing the barges while they are still within the walls of Mordheim. The best place to spring such an ambush would be the Middle Bridge. That's where I would lie in wait if I intended to hijack the cargo. Bandits or pirates, whoever is hitting the barges, must be strong as the Baron has been sending guards with his cargo. We'll have to be careful when we make our thrust against the Middle Bridge. My scouts tell me there are big loading cranes on the bridge. That could be how they're offloading the cargo. We'll have to be certain to sabotage those when we make our attack. And if we can recover some of the missing words though, I'm sure none of us are going to complain about earning a little extra gold for ourselves. So, kurz und knapp erklärt, so, irgendjemand fängt die Boote vom Baron ab, wo die Morscheinlieferungen drin sind halt, und ja. Und es scheint keine Flusspiraten zu sein, sondern irgendwas anderes. Oh, da war irgendwas. Ich weiß nicht, es sieht nach Chaos aus. Es sieht... Was ist das? Ich hab damit jetzt gar nicht gerechnet. Äh... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, was Sache ist halt. Mal schauen mal. Tötet den Ogre Sank. Finde heraus, was... Oder wer für die Zerstörung des Khans verantwortlich ist. Finde die gestohlene Moorsteine. Und aktiviere die Ladekräne. Okay, das ist hier die Karte. Kulte besessen. Ah, das scheint ein Chaoskult zu sein. Und... Ja, und so wie es aussieht, äh, geht es schon mit Remy Demi los. Äh, okay. Der ist einfach so reinmarschiert. Einfach so. Ohne Wenn und Aber. Finde ich schon mal richtig interessant. Jetzt müssen wir sie erst mal schauen. Äh, okay. Wo steht der denn da? Was ist Risten? Chaos Baba. Okay, hier haben wir jede Menge Helden am Hut. Äh, das wird nicht witzig sein. Es erzelt sich hierhin bewegt. Okay. Kann ich den... Ah, okay. Okay, dann muss ich mich erst mal einmal buffen. Dann muss der Zauberer diesmal offen stehen. Bleiben. So. Einmal Fluch des Rosses. Gut. Und... Krieg ich jetzt da noch was hin? Und... Jetzt müssen wir sie schauen. Wie krieg ich den, äh... Wie kann ich den blenden? Den krieg ich gar nicht geblendet. Okay. Ne, das ist... Das ist doof. Äh... Kann ich nochmal auf den allwirken? Oh, ich probiere mal aus, mal. Okay. Doppelgewirr. Oh, was ist dann passiert? Ah, ei, 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 ei. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Mal schauen, das ist der Schütze. Nein, der ist nur betäubt, nur. Okay. Äh, okay. Ja, sonst... Gehst du hier in der Bereitschaft? So. Ingenieur. Mein Anführer. Okay. Du plünderst erstmal die Kiste. Äh, formel unbekannt. Nehme ich mal mit. Klarheitstrank. Äh, wird beim... Aha. Wirker oder Verbündeten in den... Im Pferd erhöht die, äh... Betäubungswiederschutz... Äh, zwei Züge langen um 70%. Okay. So. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wie... Ich muss ihn irgendwie angreifen können, halt. Kann man erstmal hier verladen. Weil mein Schütze steht da selber hier, äh... Gefahr. Hm. Ich muss ihn irgendwie im Nahkampf... Angstprobe fehlgeschlagen. Überfall. Ach, verdammt. Na gut. Äh... Ach, daneben. Ja, weil er jetzt Angst hat. Boah, Gegenangriff. Okay, auch daneben. Ja, ich darf noch... Ein paar Mal zuhauen. Noch einmal. Ah, daneben. Jawohl. Der Besessene zweimal getroffen. Das ist schon mal gut. Und... Gehe ich in der Parierhaltung. So. Erstmal... Erstmal... Ach, das ist schon mal... Kriege ich auch... Moment... Zack. Erstmal Kampfbeeinflussung. Dann... Stellung halten. Und... Oh, ich kann noch einen noch... Ne, der hat Angst. Das ist das Problem. Ja, das... Ja, okay. Dann gehe ich selber im Nahkampf. Gut, mach ich halt einen Sturmangriff. Da darf ich da noch zweimal zuhauen. Oder... Ja, komm. Attacke. Jawohl. Ah, der darf mit 95% zuhauen. Das ist schon mal gut. Das ist immer ein garantierter Treffer dabei. So. Zug beenden. Ah, jetzt sind ein paar Chaosleute dran. Oh, jetzt sind meine Leute dran. Okay, wo bist du? Ähm... Du bist irgendwo oben. Hm. Es gibt hier keine Treppe. Hier oben wäre schon ziemlich interessant für meine Schützen halt. Muss ich echt mit denen runterspringen? Oder gibt es hier eine... Echt? Da gibt es keine Treppe? Oh, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Wie viel Schaden kriege ich? Neun bis neunzehn. Ja, okay. Muss ich halt einen Kauf nehmen. Boah, sogar noch geschafft noch. Mit einem Holzbein. Hahaha. Okay. Äh, ja. Ich gehe so in den Nahkampf rein. Angstprobe... Oh, nein. Auch fehlgeschlagen. Ah, verdammt. Einmal daneben. Ah. Und komm, noch ein zweites... Jawohl. Ach, da steht er noch. Interessant. Ich kann sogar besser mit den Ausweichen als parieren. Trotz Holzbein. So, okay. Was mache ich mit ihm hier? Er muss runterspringen. Anders geht das nicht. Nee, darum kümmern sich die Leute an. Dann werde ich hier mal... Oh. Ich weiß nicht. Äh, wem sehe ich da noch? Ist ja auf jeden Fall hier noch ein Held. Da ist irgendwo so ein Illuminat. Da ist noch ein Besessener. Oh. Eieieiei. Was ist da hinten? Mutant. Oh. Das wird ja alles immer besser hier. Äh. Ja, wie mache ich das am besten halt? Ich habe eher das Gefühl, dass die Leute eh unbegrenzt halt immer kommen. Immer von der Seite wahrscheinlich aus. Äh. Ja, komm, ich spring mal runter. Ah, kriege ich da erst mal elf Schaden. Ah, okay. So, und dann erst mal hier mal diesen Splitter mitnehmen. So, und was? So, ne, vier Bewegungspunkte habe ich noch frei. Okay, der kann hier raufkommen. Ich will mal schauen. Ah. Wie? Ach, das ist ihn hier. Ah, gut. Das ist okay. Ich hoffe, der Bolzen trifft. Nein. Na gut. Der nächste ist dran. Äh, wo bist du? Äh, ja, okay. Ne, das wird auch so nix. Schwert ziehen, Nahkampf. Wer eine Maßnahme. Okay, ziehen wir das Schwert. Ach, der hat die Dolche. Na gut, dann, äh, machen wir das anders. Ah, geht nicht. Hahaha. Gut, dann, äh, mache ich das doch anders. Äh, Waffen wechseln geht leider nicht. Ja, weil ich schütze nämlich da doof liegt. So. Ja, das macht nix. So, der rappelt sich wieder auf. Er muss erst mal den Weg freimachen. Ah, der kann nix machen. Dann war er, okay, weil er betäubt war. Gut, ne, dann... Okay, dann... Ausweichen. So, ihn, ihnchen hier. Ah, er muss ihn halt wegmachen. Angstprobe fehlgeschlagen. Ah, hat er auch Schiss. Okay, er trifft wenigstens besser als alle anderen. So. Mal schauen. Ah, was hat er dabei? Armband, Armband. Nimm mich mit. So, dann wird das auch nochmal eben einquartiert. So. Und ich hab noch ne Bewegung, Bewegung noch frei. Das ist schon mal gut. So. So, ihnchen hier. Okay, langsam muss ich mich auf vorrücken. Muss ich mich dadurch kämpfen, dadurch... Oh, das wird Prügel ohne Ende geben, hab ich das Gefühl. Da will ich aber hier vor die Zahl aber auch noch hier mal hier... Mal schauen. Ja, ich will hier so teilsweise einen Gang für mich haben. Ja, so ungefähr. So, nochmal schauen. Geh ich das am Zug? Jetzt ist der dran. Das ist dieser Barbar. Was macht der? Ah, okay. Ha, wunderbar gesessen. Nierenhieb. Ah, ja, 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 ja. Ah, au. Das tut doch weh. So, er braucht unbedingt Hilfe. Ja, anders geht das nicht. Und... Oh, geschafft. Ah, nehm ich den Klumpen mit. Ja, 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 okay. Wie mach ich das jetzt am besten? Komm ich ran? Komm ich ran? Nein, ich komm gar nicht ran. Okay, dann... ...mach ich das hier so. So, dann ist er hier dran. Okay. Jetzt kommt die Frage. Komme ich an ihn ran? Ja, an ihn komme ich ran. Perfekt. Aber anderswaltig komme ich nirgendswo ran. Sehe ich noch was auf der Karte? Nein. Das ist schon mal gut. So. Ausweich, fehlgeschlangen. Das ist schon mal gut. Und kommt noch ein Treffer. Jawohl. Und zu bänden. Er muss weg, unbedingt. A new round has started. So. Okay, äh... Mit ihm hier. Waffe wechseln. Und da muss ich mal schauen. Kriege ich da eine Schussbahn? Ui. Das ist auch nicht so die beste Voraussetzung. Voraussetzung. Okay. Ne, dann... Ne? Na, hier schon mal ein bisschen besser. Na, 60%ige Wahrscheinlichkeit. Und jetzt bewege ich mich nach oben. Das wäre jetzt auch eine Überlegung wert. Mal schauen. Wie... Wie ran komme ich? Ah, ist Bienen hier noch? So. Ne? Ich denke mal, hier ist das Beste, was man machen kann. Falls der doch noch rüberkommen möchte. Kriegt halt einen Bolzen im Gesicht. So, der Magier ist dran. Als erstes... Buffen. Als nächstes... Genau. Verfluchen. Perfekt. So. Dann habe ich ja noch zwei Bewegungspunkte noch. Offen noch. Dann nochmal buffen. Und... Kriege ich den geblendet? Ja, ich denke, ich kriege es sogar noch geblendet. Das ist doch schon mal schön. So. Und... Ja, dann gehst du halt in der Offensiv-Haltung. So. Angstprobe fehlgeschlagen. Ach, der hat immer noch Schiss. Nein. Na ja. Mal schauen, wie ich das jetzt am besten regeln kann. Erstmal gucken. Nicht, dass ich irgendwas Falsches auslöse. Ah, komme ich nicht drum herum weg. Okay. So, warte mal schauen. Ausgangspunkte. Alles klar. Dann werde ich dem mal ein bisschen mal... Notfall hier, äh, Unterstützung geben. So, geh ich jetzt dran. So, jetzt ist hier... Er hier dran. Erstmal... Buffen wir mal. So, dann... Ah, das ist auch interessant. Ah, ich gebe ihn. Ihn Befehl. Ja, und jetzt mal einmal zu. Ach, daneben. Schade. Ah, ich kann nochmal Befehl geben. Das ist schon mal gut. Jawohl. Das ist schon mal gut. So, dann... Äh... Nochmal buffen. Geht das? Ja, das geht. So, dann bende ich meinen Zug. Ah, er da oben ist dran. Okay. Okay, erster Schuss daneben. Tödlicher Schuss. Oh, der lädt nach. Okay, der hat einen Bogen. Er trifft sogar. Der lädt nochmal nach. Oh, der kann aber gut treffen. So, angstpure, fehlgeschlagen. Ah. Oh, nee. Nee, an ihm komme ich nirgendwo ran. Selbst da oben komme ich nicht ran. Okay, das macht nix. Äh, ja, dann deckst mal eben mal den Bereich ab. So, er lädt nach. Viertel Deckung. Kriege ich das sogar noch besser hin? Ah, besser kriege ich das hin. Okay. So. Zugbänden. Oh, ähnchen hier. Ah, der kriegt keinen Schuss nicht ein. Dann schnapp ich mir mal den da. So. Ah, jetzt kommt die Frage. Was kostet für mich das sichere Lösen? Nein. Ah, okay. Einmal zuhauen. Ah, hm. Lösen war nicht. Das ist jetzt die... Ich glaube, ich löse den R. So, gelöst. So. Und er ist... Er soll abwarten. So, dann ist er hier dran. Angstprobe Erfolg. Ja, jetzt hat er keine Angst mehr. Das ist schon mal gut. So, er darf nämlich zweimal zuhauen. Mit 66 Prozent. Okay, einmal getroffen. Und noch einmal getroffen. Das ist schon mal gut. Und... Ja. Jetzt in der Parierhaltung. Er ist... Okay, haut einmal daneben. Das ist schon mal gut. Oh, ihn trifft er aber. In der Ausweichhaltung. Okay. Sollen wir mal gehen. So. Er schnappt sich erstmal den Bogenschützen. Ja. Das walte ich ran. Vielleicht kriege ich den... Kriege ich den echt nirgends? Nein, ich kann nur ihn nur einer angreifen. Okay, was bist... Bist du überhaupt ein... Du bist ein Held. Ah, er ist ein Held. Äh... Da komme ich jetzt nicht ran. All right. Okay. Okay. Oh, Entschuldigung, äh, Telefon. Äh, müsste ich grad abwimmeln. Krieg ich den da durch? Nein, den krieg ich auch nicht mal durch. Äh, das ist ärgerlich. Nicht mal drüben, krieg ich den noch nicht mal hin. Nee, da spring ich direkt, alles Bodenebene. Äh. So. Hm, wie mach ich das am besten? Äh, direkt ein Sturmangriffwagen. Äh, ja. Ich weiß ja nicht, was der noch dabei hat. Das ist das Problem. Äh. Ja, dann... Nee, dann nehm ich halt den Moorstein und Klumpen erstmal mit. Na, der hat schon einen Klumpen bei sich. So. Und seh ich jetzt hier noch was? Nee, ich seh hier gar nix interessantes. Äh, ich kann mal gucken halt. Okay, da sehe ich den Chaos Ogre. Okay, das ist der, den ich eigentlich packen sollte. Äh, okay. Das wird... Den werde ich wahrscheinlich nur unter Fernkampf fertig machen. Nee, sonst ist hier niemand mehr auf dieser Ebene. Nur Helden, Helden, Helden. Chaos Baba. Hier nochmal Mutant. Na gut. Äh. Nee, dann... Würde ich hier mal eine Falle stellen. So. Ingenieur. Hau ihn weg. Ach, daneben. Nein. Und noch einmal. Komm. Ach, verdammt. Da steht er noch. Parieren. A new round has started. So. Mein Magier ist dran. Okay, äh... So, erstmal buffen einmal. Okay, da der eh eh relativ spät dran ist. Äh, werde ich dann mal... Ingenieur nehmen. Okay. Schon mal flucht das Rost dran. Und, äh... Mir mal... Platz für irgendwas anderes machen. So, einmal Überfallhaltung. So. Angstprobe erfolgt. Jawohl. Jetzt ist... Jetzt ist er wieder bereit zum Kämpfen. So. Hm. Nö, ich... Lauf jetzt einfach so rein. Und dann... Hau ich gleich mal zu. Oder... Viermal. So. Komm schon. Ich... Kloppe ich erstmal einmal tot. Jawohl. Jawohl. So. Und dann Parierhaltung. War schon mal ein guter Anfang. So. Ingenieur. Erstmal buffst du die Leute. Dann gebe ich halt ein Befehl. An ihn. Ich hoffe, er trifft. Ja, ist böse kombiniert gewesen. So, jetzt gucken wir mal. War hier noch was Besonderes? Nein. Was ist das? Hier ist irgendwo... Hier ist ein bisschen eine Beute. Äh... Ah ja. Die Beute schnappe ich mir mal eben. Ist hier noch was Schlimmes? Nein. So. Was haben wir da in der Beutetruhe drinne? Zweimal Brandbomben. Okay. Nehme ich mal mit. Dann kann ich noch ein Befehl... Ah, ihn kann ich noch ein Befehl geben. Ja, das war ich dann. Jawohl. Dann sollte er unter Fern... Äh... Äh... Im Fernkampf hier fallen. Okay. Da war jemand. Er ist dran. Oh, er löst sich. Er springt runter. Was macht der? Lädt nach. Okay. Oh. Oh, trifft einmal. Lädt nochmal nach. Verfehlt. Okay, jetzt ist da sein Overmufti dran. Angst pro Fehlgeschlagen. Ja, der ist zunächst zu gebrauchen erstmal. Okay. Da ist er. Jetzt muss ich schauen, wie ich das am besten mache. Hier ist klar. Hier werde ich nur im Fernkampf nur an ihn angehen. Weil so gehe ich an den nicht ran. Ich weiß nicht, was er so... Alles was so Böses hat hier. So, was hat er standhaft? Gift, Immunität... Und verdorbenes Blut. Beim Verursachen... Schaden stellt 20 Lebenspunkte wieder her. Äh... Nein. So kriege ich ihn gar nicht tot. So, dann... Ach, da ist die nächste Truhe. Okay. Dann gehe ich so von der Seite nur an. Sack. Ich hoffe, ich treffe einmal. Oh, okay. Einmal getroffen. Und komm, noch einmal. Perfekt. Na, was hat er dabei? Oh. Oh. Gut. Er... Okay. Der... Gutes Zeug dabei. Äh... Das bringt so schnell wie möglich zurück. Er lädt nach. Na, ich schau mal, ob ich den... Oger halt, äh... Und dort ausgleich erwischen kann. So. So, er lädt nach. Geht genauso wie die Treppen drauf. So. Er lädt nach. So. Zack. So, Ingenieur. Mal schauen. Was hat er dabei? Eins. Okay. Okay. Okay, äh... Du bringst mal den Krammer eben zurück. Meine Güte, die haben echt gutes Zeug dabei. Habe ich noch genug Platz? Ah, ich habe noch reichlich Platz. Nicht in hier, äh... Nein. Ah, habe ich noch... Ach, du hast auch noch Platz ohne Ende. Gut, dann schaust du mal, was in der Truhe drin ist. So. Oh. Was haben wir da? Ölte Magieresistenz um 10%. Und eine Armbrust. Gut. Äh, ja, ich werde wahrscheinlich erst mal das gute Zeug mal verstauen. Bevor ich weiter an der Front gehe halt. Äh, ja, okay. Ja. Nein, ist okay. Ah, langsam. Da kommen ja echt die guten Sachen an. So. Habe ich hier noch was? Ah, okay. Drüben sind noch... ...zwei so Halunken. Ah, ich muss eben nicht weiter hinten durchkämpfen. Gut, äh, ja. Wie mache ich das am besten? Auf jeden Fall ist hier noch was. Äh, nach da hinten. Ja, dann schaue ich mal nach, was da drin ist in der Truhe. Oh, okay. Ja, warte mal. Dann lasse ich mal ein Bier mal da. Nimm den Helm mal mit. Und... ...gehe dann nach... Ah, Warp-Staub. Und, äh, ja, hat nichts vor. Er sagt, das ist okay. Äh. Ah, so. So. Okay. Äh. Ja, was mache ich mit Ihnen? Ihnen hier. Ah, hier ist ein Sonderpunkt. Okay. Ja, gucken kann man ja. Oh, ich muss mich jetzt einmal hier drumrum bewegen. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Sonst ist hier nix... Nein. Dann... Einmal mal hier rauf. Und... Ja, mal schauen. Ah, da komme ich nicht durch. Okay, nö, dann... Einfach da. A new round has started. So, mein Magier ist dran. Was machen wir mit Ihnen? Na, ich könnte mal schauen. Nehmen wir keinen hin. Na, okay. Ne, da werde ich nur einfach nur unnötig Platz versperren. Äh... Ja, geht's... Geht's mal in Überfallhaltung. So, Ihnenchen hier. Was mache ich mit Ihnen überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich verzögere einmal. Ich muss das mal mit meinen Schützen in Position bringen. So, er macht... Er geht weg. Okay. Um den muss ich mich jetzt kümmern. Was hat der denn da? Okay, der hat irgendwas Ätzendes bei sich. Ist das eine Mutation oder so? Okay, erst mal... Hm, ne, das bringt mir gar nichts. Ich könnte auch wie eine Brandbombe schmeißen. Äh... So. Okay, bisschen Chaos-Baba. Ja, den schnapp ich mir jetzt so. Ach, daneben. Verdammt. Ach, auch daneben. Perfekt. So. Ne, okay. Okay, Kampfbeeinflussung. So. Jetzt kämpfe ich auch ein bisschen besser. Wenn ich das Feuer eigentlich machen muss. Ah, Gegenangriff. Okay. So. Was ist das? Ah, warte mal. Warum mache ich das mal? Hier her? Okay. Gehe ich in die Parierhaltung. So. Angstprobe fehlgeschlagen. Okay, ich glaube, du warst eh schon vollgepackt. Äh, ja. Du rennst erst mal schnell zum Lager. Um das Zeug loszuwerden. Ich hatte es noch eben noch geschafft. So, und dann... Ah, komm. Falls kann. So, ähnchen hier. So, und dann schnappe ich mir den mal von hinten. So. Zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, komm. Noch ein viertes Mal. Kriege ich den ganz rausgehauen? Nein, der bleibt noch. So. Parieren. Der mächtige Oga ist dran. Okay, äh. Ah, ne, der muss sich nachladen. Okay. Ach, der ist so verwinkelt. Den kriege ich von hier aus nicht. Ach, das ist der. Okay, den kann ich von hier aus erwischen. Ah, kann ich den sogar... Ah, besser geht's. Mit mehrfachschuss. Okay. Ah, ich werde wahrscheinlich die, äh, Taktik machen hier. Einmal feuern und abhauen. So. 13 Schaden, das ist ja lächerlich. Äh, ja. Tschüss, würde ich sagen. So, er muss einmal nachladen. Ja, ich hab ja noch ein paar Leute noch. Er geht auch nach oben. Und dann kann ich nur... Ne, dann... Geh ich hier mal in, äh... Ich weiß nicht, ob ich den jetzt getriggert habe. So, das weiß ich nicht. Aber geh ich mal hier mal... Ich geh jetzt mal stark davon aus, dass ich den halt, äh, aktiviert habe. So, er muss auch nachladen. Okay, er trifft den auch jetzt nicht so gerade besser. Dann... So. Ähmchen hier, äh... Du warst auch voll, oder? Stimmt, du hast auch diese ganzen tollen Sachen mit. Äh, ihn wollte ich jetzt auch mal zurückschicken. Und der muss warten, was ja nicht schlimm ist. So. Er war leer. So, dann... Ah, den krieg ich so nicht. Ah... Wo ist denn überhaupt jetzt mein Schiff? Champion. Äh... Ach, der ist da hinten. Ah, okay. Oh. Ich glaub, der steht oben. Ach, ja, der steht oben. Ja, okay. Nö, dann... Ah, ne, so... Sonst kommt der nicht ran. Na gut, dann machen wir mal Sturmangriff. Ah, hat sich doch noch rentiert. So. Mal abgeben. Ähnchen hier, was machen wir mit Ähn? Ich hab eher das doofe Gefühl. Ich hab den Ogre halt, äh, aktiviert. Den muss ich irgendwie in so eine Art Engpass schleusen. Wo er nicht ran kann, aber ich kann an ihn ran. Na so. Dann wird das hier. Das sieht doch gut aus. So Hast du noch Platz noch im Gepäck? Ja, du hast noch reichlich Platz Okay, dann Schnapp dir die Sachen Äh, ne, geht nicht Nein, sonst So, dann Mast du hier mal Stellung A new round has started So Da ist einmal der Besessener dran Der Magier ist dran Jetzt kommt die Frage Möchte ich den von dort oben aus hier den Erwisch nur nicht Nein, da ist Seine magische Begabung zu beschränken Okay, nö, dann Falls doch mal was drüber kommt So Ein Kindchen hier Den bewege ich Ich bewege die alle nach oben halt Weil da bin ich Ich glaube Ja, das ist mir wesentlich etwas sicherer Alles schön rauf Warte mal Erstmal mal gucken Was hast du dabei? Du hast gar nichts dabei Okay Habe ich jetzt schon die ganzen guten Sachen schon geplündert? Nee, 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 nee Ich gehe ganz nach oben So Ja, okay Du gehst genauso ganz nach oben So Ich weiß jetzt nicht, was sein Ogre macht Der Raserei Wirkt der Und was macht der noch? Oh, oh Angstprobe fehlgeschlagen Äh, ja, okay Er hat sich bewegt Das ist schon mal, äh, nicht gut Jetzt müssen wir erst mal schauen Wo er sich bewegt hat Äh, K Irgendwo hier Ja, okay Muss ich mich mal blicken lassen Äh, äh, ich hab ihn gefunden Ei, 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 ei Da kommt ja der Gang einmal komplett hoch Äh, gut, äh, ja Dann schnell mal irgendwie Verduften Und das Ja, hier Ach, daneben Ah Ah, nee Ich spring da nicht runter Das ist Wahnsinn Oh Ein bisschen hier Okay Ja, ich mach nur wenig Schaden Okay, nachladen Nochmal feuern Oder abhauen Glaub, abhauen Wäre wahrscheinlich das Bessere Und dann später nachladen Aber momentan Ja Das ist das Beste Äh, ich hau ab Ich weiß ja nicht, was er macht Hier, äh So Äh, okay Äh Was Ah ja Der hat nichts dabei gehabt Den anderen Ich weiß nicht, ob ich den anderen schon durchsucht habe Ach Schon wieder den falschen Okay Okay, hab ich beide durchsucht schon Okay, äh Ja, der Oga Der Oga Schnell noch rauf mit euch Einfach nur rauf Die Fernkampfer machen das schon Okay, du deckst hinten ab So Ähnchen Die muss ich auch schnell hochschicken Ach, er kommt nicht rauf Äh Das ist doof Okay Dann versteck dich hier hin So So Ihn, äh Ja, ihm wollte ich auch noch schnell hochschicken Ah, okay Äh, ja Bleibt mir eh nichts anderes übrig Außer hier In Deck zu gehen Oder so Ihn schicke ich auch ganz schnell rauf Ist auch relativ langsam A new round has started So Mein Magier ist dran Schneid mal ne Runde Buffen Dann Einmal ihm verfluchen Okay, ich versuch mal Widerstand fehlgeschranken Das ist schon mal gut Dann Ähm Versuch mich nochmal zu buffen Und Vielleicht Kriege ich den sogar noch Geblendet Ah, jetzt sehe ich da gar nichts Ah, glaubt das müsste ich noch Ja, schon fehlgeschlagen Das ist schon mal gut Und Ich ziehe mich jetzt einfach zurück Ja, das Was ich am besten machen kann Ist halt die Abwehrhaltung Ja, so Jetzt ist erstmal mein Hauptmann dran Einmal Waffe wechseln Und jetzt kommt die Frage Kann ich den von hier aus erwischen? Nein Okay Okay, Rüstungsexpert Äh Äh Großes Ziel Schein Ah, verstehe Mhm Okay, nee Den kann ich von hier aus nicht Anvisieren Dann soll ich hier mal stehen Der große Chaos-Urga So Ingen Machen wir dasselbe Ich kann sogar Brandbomben runterschmeißen Hat das überhaupt einen Sinn? Wird Ist interessant Okay, ich schmeiß mal eine mal runter Es hat nur 10 Schaden gemacht Dann kann ich die Dinger gleich verkaufen Äh, erstmal schauen Waffe wechseln Genau Und einmal den Mehrfachschuss machen Ja Und Ne, nachladen Ne, da Verbaue ich mir die Stellung Ah, okay Ah Komm, schmeiß die Dinger runter 11 Schaden Ja Das ist okay Und Ausweichen Ans Profil geschlagen Glaubt Der wird Der wird nur noch Ein Schisser sein So Und brennendes Öl Ah, ja, okay Ich weiß nicht, ob der raufkommt Ich höre was stampfen Erstmal durchschlagen Und Wo ist der? Kommt der raufkommt Das würde mich mal eher interessieren Ah, so sehe ich den gar nicht mehr Runterspringen will ich nicht Das ist mir Alles zu riskant Ist der mit mir auf dem selben Stockwerk? Nein Das ist schon mal gut Das ist mal hier Mal Ausschau halten Wo hat er sich Den verkrümelte Dicke? Ja, der hat sich irgendwo jetzt Verkrümmelt Ah, hier ist der zu schmal Hier Ich würde den Erd dann mal eher hier hinpacken Ja, hier ist okay So Dann Er lädt nach Ah, okay Jetzt habe ich ihn gefunden Ich kriege ihn so nicht Zu fassen nicht Okay Der will doch raufkommen So, er lädt nach Machen wir das so Zack So, ihnchen hier Äh Er Geht ganz schnell nach oben Wenn es möglich ist Wenn noch Platz ist Du kannst einmal die Roma plündern Das ist noch ein Bier noch drin Und Ja Äh Ja So Ah, ungefähr habe ich noch Ein oder zwei Züge noch Zeit Bevor hier oben angekommen ist So Ihnen werde ich auch noch die Stellung noch umändern Habe ich dir überhaupt eine Pistole oder so gegeben? Nein, habe ich gar nichts Okay Es Momentan die einzige Stelle Wo er halt hier raufkommen kann Ich könnte meine Leute sagen So, ey, die sollen alle runterspringen nach und nach Aber Das ist mir einfach der Risiko nicht Äh Mir nicht wert Dann kann sein, dass die Äh, sich die Füße brechen oder so Jedes Mal So War gut zu wissen, dass ich den jetzt gefunden habe Boah, von wo überhaupt? Ach, von da unten Okay Den merke ich mir, okay Den muss ich dann unbedingt wegmachen halt Gleich So, erstmal buffen Und danach Genau, und sofort die Rüstung drauf Gerade diese Fluch Okay Und jetzt sofort schnell irgendwie Verschwinden So Ja, jetzt steht er so günstig Nein, okay Äh, dann Keine Deckung hier oben Ah Naja Dann soll er mal ruhig den mal beschießen Na, die haben die Reichweite nicht Ah, okay Na, dann ist halt die Frage Wieso rumkomme ich Kommt er jetzt überhaupt durch die Tür? Das würde mich auch noch interessieren Ne, dann geht er nur einfach nur in der Ah, hier kann ich den treffen Ja, versuch Ah, wunderbar Zugwenden Na, was macht der? Ist noch, äh, brennt noch? Das ist doch schon mal gut Angstprobe er voll Okay Ah, der hat geahnt, dass ich auf ihn lauere So, jetzt müssen wir mal schauen Wo ist Wo hat er sich wieder stationiert? Äh Was kriege ich denn noch nicht? Ach Stimmt, den kann ich anvisieren Sogar besser Hm Ja, okay Dann mache ich ihn erstmal weg Diesen Mutant Obsteinhörner, okay Wart nach Dann wird das hier so ein reiner Fernkampfduell So Und beenden So Ihnchen hier Ne, kriege ich nicht mal zu fassen Hm Ach, das ist ihn hier Okay Ja, komm Weg mit dir Aber sonst machst du mir nur Probleme da hinten So Dann muss ich jetzt einmal noch mal drum rumlaufen Ach, nee Kriege ich den von hier aus nicht Oh, doch Wahrscheinlich sehr beschissen Ah, na, na Ja, da haben wir es doch Ah, ich versuche mal mein Glück Daneben Ja, Versuch war drin Aber Macht nix So, nee Dann Kann ich auch theoretisch auch da Bleiben So Stellung halten Äh, wo bist du? Achso, du bist da unten Ja, okay Ach, nicht da unten Du bist da Was macht er? Er muss auf jeden Fall einmal nachladen Wacht das anrücken Okay Lädt nach Schießt und trifft einmal Okay Lädt nach Trifft Oh, den Magier muss ich verstecken Lädt nochmal nach Schießt nicht Okay Er muss den einmal nachladen Und Also Feuer frei Trefft Wunderbar So So Hintchen Hier einfach nur Stellung halten Und Boah Dasselbe mit dir auch So Da hinten ist noch einer dran A new round has started Ja so So Ihm muss ich erst mal Äh Weg bringen Aber er kann ja noch die Tore noch einmal plündern Na ja sonst Okay Ja mal schauen Was ist da alles drin Amulett des Glücks So Okay Und ne Heilsalbe Ach schon mal gut So Ja dann kann er auch diesen Mordsteinsplitter auch noch mitnehmen Dann ist das schon mal voll So Dann Schnell Über die Ja Okay So Er lädt einmal nach Doofen Ora Den muss ich jetzt erst mal schauen Wie ich den jetzt wegkriegen kann Eigentlich würde ich den sehen Eigentlich Aber Da das Spiel sagt Nö Du siehst ihn nicht Kann ich ja auch dagegen nichts machen Ne Dann Moment Dann sehe ich ihn da Okay Jetzt kommt die Achso der Ne Der ist ein Stockwerk tiefer Gut Der kommt an mich nicht ran Das ist okay Aber gut Dann kann ich den auch mit Fernkampf gleich Hier Auseinander nehmen Ne Dann machen wir das so anders Bleib mal hier Deine Pistolen haben nicht so die Reichweite So Im Brand Okay der brennt noch weiter Ist doch schön So er macht nix Gut Er lädt nach Hm Ah ich feuere einmal Und lade nochmal nach Ach daneben Nein Ach mit nachladen Meine ich ja nicht Naja So Er lädt nach So Jetzt muss ich mal schauen Äh 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 Es Es ist zu gering Nee dann soll er den Äh Ach ja stimmt Der magier schien Nämlich Nein Naja Es ist eine zu geringe Trefferwahrscheinlichkeit Aber Ja was soll's Aber getroffen So Er lädt nach So er lädt nach Äh beachtest anrücken Äh beachtest anrücken Verstehe Okay Oh Ah Was ich hier Ja dann muss ich hier Mich da suchen Stellen Ah Ist sogar Crit getroffen Das ist schon mal gut Und betäubt Ja Du machst nix Du machst nix Du lädst nach Ja dann könnte ich sogar zweimal schießen lassen Einmal Nochmal durchladen Zweimal Mit einem kritischen Treffer ausgeschaltet Das ist schon mal gut So dann kann ich mich um den da unten gleich Mich noch darum kümmern Oh da hab ich noch was Ne ich hab da nix So dann Äh Ja Gib ich ab So du machst nix So mal schauen was der nächste macht Ein Du machst auch nix A new round has started Ja er verschwindet irgendwo Achso mein Magier ist dran Okay Äh Ja jetzt kommt halt die Frage Was mache ich mit ihm Runterspringen Werde ich sowieso nicht Ich muss glaube ich Einmal runtergehen Oder so Mal schauen Äh So dann Überfallhaltung So An ihn komme ich nicht ran Aber an ihn unten komme ich ran Interessant Ja da komm Halte ich drauf Hauptsache weg mit ihm Nachladen Und noch mal drauf halten Nachladen Ich glaube feuern ist nicht mehr drin Nein Das macht nix So So Er lädt nach So der hat n bolzen Äh Durch den Oberschenkel Durch Autsch Autsch Das tut doch weh So Muss ich den schnell wegmachen Halten Selbst wenn das ein Nahkämpfer ist Der mich erstmal nicht erreichen kann Halt So Er lädt nach Und feuert einmal Ich glaube der brennt nicht mehr Daneben Das macht nix So Er geht nur Ja die Nahkämpfer machen jetzt Alle bei mir nur Däumchen drehen In der Zeit Ah ich hätte die auch alle nach Däumchen bewegen können So Ah ich Ihn krieg ich auch Das ist doch schon mal gut Mit 91% Daneben Mit 91% Nicht schlecht Einmal durchladen Und Äh Nochmal Gut Er bleibt da Er bleibt da Ich bin mal Ich bin mal gespannt Dass der Ogre noch was Böses Auf Petto noch hat So Hier muss ich noch Erledigen Oh Den treffe ich ja noch schlechter Naja Ja Ja das war klar Dass ich mit denen ich treffe So Da hinten ist noch einer Das habe ich jetzt nicht äh A new round has started Nicht mit einem berechnet Nicht mit einem berechnet Dass dann noch Dass hier sich jemand Von hinten sich anschleicht Da muss ich jetzt mal schauen Irgendjemand schleicht sich von hinten an Wo ist er hier Jetzt muss ich mit dem Zauberer Erst mal gucken Ich seh nix Ich seh nix Gehen wir mal einen Stock weg Tiefer Ah das sind Treppen Gut Der wird dann rauf kommen Ja gut Dann bewege ich meinen Zauber Erst mal Hier wieder dahin Und er macht gar nix So Ah ich werde dann äh Wahrscheinlich den Nahkämpfer Dahin äh schicken Er soll mal wagen Mal Durch das Feld Gleich mal zu laufen So Okay Die Ja die machen Das hier Die drei Die halten hier schon mal Die Stellung So was macht er Er macht nix Das ist schon mal gut Er wird sich hier In Bereitschaft gehen Er lädt nach Und zack Daneben Daneben Ne So Inchen nur Rüberschicken Falls doch was Bedrohliches Rauskommt Rauskommt So er bleibt da Er lädt nach Geht auch in Feuerbereitschaft Er geht auch in Bereitschaft Er lädt nach Und geht auch in Feuerbereitschaft Ihn kann ich Okay Ihn kriege ich noch mit rüber Da Ansatzweise Okay Der löst Der voller aus Was ist der unterwegs Okay A new round has started Ja Das ist Der berserker Daneben Getroffen Getroffen Angstprobe Erfolg Okay Verstanden Und umgehauen Jawohl Das ist doch eine schöne Kombination gewesen So Mein Magier Ich hab da mal was gesehen Ach Jetzt kann ich den wieder sehen Gut Dann buffe ich den Und halte einmal den Fluch drauf Moment Ausgewürfelter Zauber Erfolg Oh Er hat seinen Resistenzwurf Geschafft Diesmal Okay Dann buffe ich nochmal Und Und halt nochmal drauf Ah diesmal nicht Okay Eine Resistenz von 27 Ist okay Ja Nein So Einmal durchladen Kann ich den wirklich Anvis Ne Den kann ich hier nicht Anvisieren Aber meinen Zauber Schon Ach Aber hier ist einer Hier der Will sich Von hinten Irgendwie Anschleichen Naja Komm ich jetzt Ah ne Ich hab keine Bewegungspunkte Erstmal Ausgangssituation So Mal schauen Armbänder Armbänder Nehm ich mal mit Mal Okay Dann traue ich mich mal Bist du mal nach unten Zu bewegen Ah Der stampft Vor sich hin Nur noch Okay Die werden den Einabfangen Mal durchladen Mal schauen Ach da Ach Den dicken Ja Den Hab ich Gesucht Den treffe ich sogar Viel besser Okay Aber den dicken Nicht Was Moment mal Den Chaos Oh Okay Ja okay Ne Da muss ich den Schuss anwenden Mehrfach Schuss Der ist noch nicht Mal halb tot So Dann schnell Verduften So Er lädt nach Wem hab ich da Im Vizier Ach Okay Dann Mach ihn mal weg In der Zwischenzeit Aber kritisch getroffen Betäubt sogar Das ist schon mal gut So Ach Jetzt hab ich Blödsinn mit dem gemacht Egal Das macht nix So Jetzt müssen wir mal schauen Den Ogre Der hat sich ein bisschen Bewegt Moment Da war doch was Ach Ach Ne Den will ich gar nicht haben Ich will den Ogre haben So Ach Ihn hier Ihn hört sich auch nicht schlecht an Ja dann schnapp ich mir ihn Oh der hat einen dicken Zweihänder Bei sich Okay So er mit so einem Zweihänder Was macht der Okay Er geht in der Überfallhaltung Lässt sich abschießen So Er kommt als Unterstützung Nach Und jetzt so blockiere ich die Treppe So Er lädt nach Macht sich auch schon langsam Wunderschaft Ihn treff ich voll Aber den Verdammten Ogre nicht Ah ok Hm Das ist mir Der eine Der war gerade Eher am Nachladen Mein Gott Dann erschieße ich den mal eben Wenn es besser nicht geht Ja er rappelt sich auf Was macht er Er verduftet A new round Verstärkung ist eingetroffen Ok Ja war mir klar Äh Erstmal Waffen Warum kriegt er den Immer im Visier Naja Und dann mache ich Gar nichts mit ihm So Mal schauen Wem habe ich denn da Das ist einmal Ach das ist der Chaos Oder Ah jetzt habe ich ihn sogar Besser im Visier So Das war einmal Dann muss ich gleich Platz machen Und Kriege ich den nochmal Ok Das ist schon mal gut Dann habe ich hier schon mal Einen besseren Äh Ort zum schießen So Da denke ich mich mal da hin So Ihr macht nix Ihr drei Jetzt bewegt er sich Irgendwo weg Habe ich das Gefühl So Kann man durchschlagen Das ist Ihn hier Ihnchen Ihn kriege ich jetzt Nicht an Invisiert Den Ora Ok Dann Schieße ich auf ihn Ach das sind nur noch Ah ok Das sind nur noch Die ganzen Illuminaten Die noch kommen Halt So einfach nur noch Armes Gefolge Ok Die Helden habe ich alle Weg Bis auf den Obermufti So Ja so Jetzt habe ich den Ohr wieder So das war es mit ihm Ja gibt es heute Ja gibt es heute ein lustiges Schützenfest Würde ich mal sagen So Durchladen einmal Dann Ah ne Habe ich noch ihn halt So Dann Fütze ich mich wieder Und Gebt ab So Ihn schicke ich auch mal Nach unten Der soll mal hier mal Die Dingens da mal Entdecken Ah ah verstehe ja ok Ah das sind jetzt diese ganzen Suchpunkte Ah ja Ja dann Kann ich den schon mal hier mal Bisschen was suchen So Beschaffe Kisten mit Moorstein Ok Kiste mit Moorstein Gut ok Der ist voll Ja dann muss ich wohl die Äh Kisten erstmal beschaffen Also Solange der eine unten Darum Äh Turnt da Lass ich die Leute da oben So Durchladen Mal schauen Mal schauen Hey Wo kommst du auf einmal her Ok Ok So Ja dann schieße ich jetzt mal Mal auf ihn Mal durchschlagen Und nochmal So Ok Das sind meistens immer so Drei bis vier von den Illuminaten laufen hier rum Oh 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 Er wills wissen Gut Äh Dann schicke ich den auch nochmal Zurück Komm ich nicht durch Nein ich komm hier nicht durch Doch hab ich den Vorteil So Ihn runter Schicken Objektiv Updated Äh was denn Achso ja okay Die Kiste mit dem gestohlenen Moorstein Äh Er soll sich Darum kümmern Der da hinten ist mir egal Der kann äh Däumchen drehen So A new round has started Ok Ok dann fange ich mal wieder an hier Zauber Zauber machen Und dann laufen wir mal hier raus Dann den Ober verfluchen Wunderbar Geklappt Oh müder Geist Ok Äh Ich kann erstmal Nicht mehr zaubern Och Was nicht schlimm ist So Er lädt nach Äh Zielpuls Äh Blockiert Warum ist die blockiert Ich will doch nur Diesen doofen Ogre haben Hier ist... Ne, hier ist keine Treppe. Oh, dann kann man erstmal noch die Kiste plündern. Oh, noch eine Brandbombe, okay. Nehme ich mal mit. Ja, dann schieße ich auf ihn. Ah, der hat nur noch einen Dolch und ein Schild, okay. Ich könnte ihn noch mit einer Brandbombe beschmeißen, aber das wäre dann Verschwendung. So, was macht der? Gut, dann kann ich die alle mal langsam rüberschicken. So. Aber er lädt nach. Ich habe nur ihn hier im Visier. Ne, sonst... Ne, alles nur Ähnchen hier, okay, dann... Jetzt werde ich mich auch mal langsam auf... Erstmal die Bewegungspunkte holen. Springen will ich nicht. Ja, immer noch Ähnchen, ne... Dann blockiere ich hier die Treppe wahrscheinlich, wenn ich hier stehen bleibe. Will ich aber nicht. Ja, dann kümmere ich mich um ihn hier halt. So, dann abgeben. Er lädt nach. Ah, okay, ach... Ihn... Ihn auch noch. Er muss schnell weg. Aber sonst macht er noch richtig dick Auer mit seinen Zweihänder. Ah, hier kann ich ihn toll wieder wunderbar beschießen. Ach, nicht toll, äh, Oga. Du kannst noch weiter oben bleiben. Dich lasse ich aber als Rückendeckung noch da. Falls es doch noch was hochkommt. Ja, ah, ne, du hast ja nix, äh... Ah, von hier aus kann man den auch noch wunderbar beschießen. Gut, dann... Weiß ich Bescheid, was du, äh, was die nächste Schütze macht oder so. Mal komplett drüber laufen. Aber erstmal... Gießt euch hier erstmal in Bereitschaft. Weil's doch noch was, äh, hochkommt. So, er rennt weg. Er lädt nach. Jetzt müssen wir mal schauen. Ah, okay. Er ist so gut wie weg. Äh, 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 das dauert noch ein bisschen, aber... Ja, du musst mir mehr sorgen. Ja, da muss ich erstmal wegmachen. So, dann kannst du nochmal durchladen. Und... Ihn oder... Ach... Nein, dann kommt der mit dem Zweihänder auf. Okay, äh... Wann ist der überhaupt dran? Der mit dem Zweihänder, der ist... Der ist gleich dran. Okay, nee, dann, äh, machst du... Geht's auf Feuerbereitschaft. So, ihn... Er bleibt mal auf die Zahme hier mal oben. Oh, nö, nö, das schaffen die beiden schon. Ich brauch ja, äh, wieder Leute hier, die zum Packen da sind. So, er ist dran. Was macht der? Gut. Okay, krieg ich nochmal einmal deftiger ab. Verfehlt. Einmal. Oh, ich darf nochmal zum Gegenschlag ausüben. Ach, der steht noch. Gut, geht in der Ausweichhaltung. So. Ach, dann bin ich jetzt direkt dran. Das ist schon mal gut. So, was hat der bei sich? Das wird mich... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist, das hört sich schon mal gut an. So, Plünderparty vom Feinsten. Einen Platz habe ich noch frei. Warte. Ja, der wird irgendwann mal runterspringen. Das jetzt schon. Die Sachen habe ich schon genommen. Ah, ne, der... So. Nee, 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 der wird hier noch... Da sticht, da blockiere ich den halt. Nee, der wird dann hier wieder oben Wache halten. Hat einen guten Job gemacht. Wurde nicht getroffen und hat selber einen umgehauen. A new round has started. So, okay, der hat immer noch seinen Nachteil. Ja. So. Er lädt einmal nach. Ja, ich... Mich würde das mal interessieren. Den kann ich... Den kann ich echt von hier aus nicht anvisieren. Ach, doch. Ja, jetzt geht's. Jawohl. Nachladen ist jetzt nicht mit drin. Eine Brandbombe kann ich immer noch schmeißen. Ausweichen. Ausweichen. So, jetzt kommen die nächsten Backesel runter. Äh... Nein, hier geht noch nicht nach unten. Solange der Dicke noch am rumlaufen ist, geht keiner von meinen Leuten nach unten. Okay, er lädt nach. Und... Hast du überhaupt noch Platz? Ah ja, sicher, du hast noch Platz ohne Ende. Ah, da kommt die nächste Verstärkung an. Okay. Lass ich schauen. Ja, okay, so ist okay. Okay. Ja, Nachladen ist nicht drin, ne? So. Ach. Das war der da hinten, ne? Komplett falsch bewegt, ne? Krieg ich den? Krieg ich den? Jetzt muss ich echt mal schauen. Ja, ich krieg ihn von hier aus. Das ist schon mal gut. So. Zug beenden. So, der Schütze ist dran. Da kommt hier schon die nächste. Na, kommt Verstärkung. Okay. Okay. Okay, getroffen. So. Äh. Ah ja, du warst schon rappevoll. Okay. Ja, ne, dann... Ja, so ist okay. Du bleibst da. Okay, der nächste, der raufkommt. Oh, okay. Der will's wissen. Oh, der trifft sogar zweimal. Mal durchladen. Ah, weil er im Kampf gebunden ist. Ah, ihn kann ich erst gleich dran. Ah, ich könnte Ihnen noch Befehl geben. Ja, wäre auch nicht verkehrt. Ja, komm, geben wir zweimal den Befehl. Einmal... Ach, okay. Und... Aha. Dann gebe ich noch den zweiten Befehl. Ah, okay. So wenig Schaden. So. Ne, das war's dann. So. Er kommt runter. Ah, kann er sich mit... von der Partie mischen? Nein, kann er nicht. Okay, äh, ja, dann... Abwarten. So, erstmal einmal zuhauen. Erlösen ist... Da, danach kann ich nicht lösen. Ah, ne, danach kann ich... Okay, dafür steht er frei. Ey, tot krieg ich den auch nicht auf der Schnelle. Hm. Aber der steht im wunderbaren Weg halt. Äh... Genau, ich löse mich. Äh, ich könnte einmal zuhauen und den freien Angriffen im Kauf nehmen. Weil so viel Schaden macht er jetzt auch nicht. So, dann will ich mich jetzt zweimal den freien Angriffen... Ah, okay. Da hat er nochmal gezwiebelt. Dann steht er auf jeden Fall frei. Ach, schon mal hier, das ist das Wichtigste. Genau, er macht, äh... Er rennt und rennt und rennt irgendwo weg. Ja, das habe ich doch wunderbar schon mal gelöst. Das Problem... A new round has started. So, mein Magier ist dran. Er ist... Er ist wieder fit. Das heißt, ich kann wieder mit ihm munkeln, Zauber, Zauberspiele machen. Äh... Ja, der Ogre ist jetzt unterm toten Winkel. Runterspringen will ich jetzt auch nicht. Du bist aber voll, oder? Ah, okay, du bist voll. Ja, dann, äh... Soll er da bleiben. So, er lädt nach. Und ich kann ihm wieder volle Breitseite geben. 14 Schaden. Perfekt. Nochmal durchladen und... Einen normalen Schuss abgeben. Daneben. Ah... Schade. Ja, dann gebe ich halt ab. So, was macht der Ogre? Der kriegt erstmal Schaden durch das Feuer. Der macht nix. Das ist schon mal gut. So. Erstmal schauen. Du hast noch... Du bist noch nicht mal voll. Aber was hat der dabei? Hat der gar nix dabei. Okay. Ich schau mal hier, äh... Ah... Ah, okay. Hier hinten ist da noch... So, ne, die Mausstein nehme ich jetzt nicht an mich. Aber... Hier hinten kommt dann die Verstärkung. Oh. Schaffe ich zur Tour? Ja, zur Tour schaffe ich. Okay. Okay. Und jetzt... Er soll mal den Rücken mal decken. So. Er lädt nach. Und feuert auf ihn. Zwei Mal feuern oder... Nehmen wir einmal feuern. So. Okay. Dann würde ich hier mal einmal Platz machen. So. Aber ich fette jetzt ab hier mal den Streamer-Bänden. Mittendrin. Ja, ich hoffe, der Streamer hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald. Und tschüss. So. Das war's.